Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier zum Autofahren. Mal wieder, es geht leider nicht ins Dessin, sondern es geht in Richtung Tritschuhbahn. Habe ich noch nie gemacht, sollte ich jetzt das erste Mal machen, mal gucken, ob ich es überlebe. Ihr werdet es sehen und wahrscheinlich sowieso mitkriegen, weil wenn nicht, dann kommen keine Videos mehr. Ich gehe aber mal davon aus, es kommen noch welche. Ich muss jetzt echt mal gucken, wie das so ist. Ich kenne das nur aus dem Fernsehen vom Eishockey spielen und so weiter und das ist schon faszinierend. Aber auf zwei so kleinen Kufen, so ein großer Mann, naja, so groß bin ich echt am Trotz. Also ja, wir werden mal gucken, wie es rauskommt. Jetzt muss ich ja mal wieder ein bisschen auf den Verkehr gucken, weil da wollen noch mehr in Richtung Tritschuhbahn. Warum, weiß ich auch nicht. Bis gleich. Knauf, Beamte dabei haben sie mal vor Jahren Kreisel erfunden. Tschüss, tschüss, tschüss. Es wird grün. Da, die habe ich gemeint. Alles okay Spieler. Genau die. Weil das sind nämlich die. Mein Vater hat immer gesagt, die Eishockeyspieler sind die Einzigen, die eine Legitimation haben, um aufs Eisfeld zu gehen. Denn alle anderen machen den Eishockeyspielern nur das Eis kaputt. Jetzt bin ich einer von denen. Mal gucken, ob das Eis kaputt geht. Das erste Mal, das allererste Mal. Und je nachdem auch das letzte Mal. Okay. Okay. Das ist doch noch. Das war keine gute Idee. Mein Rücken. So. Okay. Nächstes Mal gehen wir wieder in Richtung Homelplatz. Hat mir eine Glücksfee gebracht. Das ist für alte Männer. Guck mal ohne Zeit. Okay. Okay. uster Psalms. Dieseじゃない? 같아 Rechtschiff. Bis zum nächsten Mal. Aber 외 день. Bist Chiffons. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und stellen wollte ich es dann doch nicht. Also weil das sieht ja doof aus. Aber wenn es auf der Kamera ist, werdet ihr es sehen. Und sonst stellt euch einfach dieses Gesicht vor, das schreiend sich aufs Eis legt. Ja, okay. Das war das Fazit dieses Tages. War eiskalt. Hat noch angefangen zu schneien. Und ja, sehr viele soziale Kontakte gehabt. Irgendwie mehr als ich erwartet hätte. Gut, bis dann. Tschüss.